Hallo, ich bin der Markus. Ich bin Sabine Otte. Wir sind verheiratet, wohnen in Willig. Und wir haben bei der Firma GB Gartenbau unsere Terrasse machen lassen. Nach intensiven Google-Recherchen und den Auswertungen der guten Bewertungen und der sehr guten telefonischen Erreichbarkeit der Firma GB Gartenbau haben wir uns letztendlich für diese Firma entschieden. Da unsere Terrasse ungefähr zwei Meter höher gelegt ist, gab es da auch schon bei der Logistik eine große Herausforderung für die Firma GB Gartenbau. Außerdem haben wir im gleichen Atemzug auch unsere Terrassenfenster neu gemacht und da war eine sehr enge Abstimmung mit unserem Fensterbauer nötig. Wir haben dann einen telefonischen Kontakt hergestellt und haben einen Besichtigungstermin vor Ort vereinbart. Da ist dann der Chef von GB Gartenbau vorbeigekommen, hat sich alles angeguckt, hat mit uns durchgesprochen, was unsere Vorstellungen sind, hat uns erklärt, was aus seiner Sicht möglich ist, was Sinn macht und dann haben wir auf Basis dieses Ortstermins unser Angebot bekommen. Ja, nachdem die Fensterbauer dann fertig waren, haben wir kurzfristig mit der Firma GB Gartenbau die Termine koordiniert und die Arbeiten fingen dann pünktlich an. Die Arbeiten dauerten drei Tage und blieben auch innerhalb des vorgeplanten Zeitfensters. Die Umsetzung hat sehr gut geklappt. Wir haben nach dem Angebot und der Zusage konnten wir dann hier in der Firma, in der Ausstellung uns die Fliesen aussuchen und die wurden dann auch entsprechend zugeschnitten und eingebaut. Also ich war vom Tempo total beeindruckt. Der Abriss von der alten Terrasse hat keinen halben Tag gedauert. Am Ende vom ersten Tag konnte man schon richtig gute Ergebnisse sehen und ja, es war dann auch am zweiten Tag war ruckzuck die ganze Terrasse aufgebaut und ja, genau nach unseren Vorstellungen sah richtig gut aus. Also sieht immer noch richtig gut aus. Ja, das Team vor Ort war sehr kompetent, hat uns auch bei Fragen immer zur Seite gestanden und wir konnten uns voll auf die Arbeiten verlassen. Die Kommunikation war wirklich die ganze Zeit hervorragend. Wir konnten, egal ob über Telefon oder eben auch an den Baustellentagen, persönlich immer irgendjemanden bei GB Gartenbau ansprechen und es war immer jemand für uns erreichbar. Ja, wir sind also mit dem Ergebnis rundum zufrieden, dass die gesamte Auftragsabwicklung, die Einhaltung der Kosten, der Zeitplan, es hat alles wunderbar geklappt. Und das Ergebnis sieht wirklich wunderschön aus. Ja, im Grunde genommen wirklich von A bis Z ein absolutes Rundum-Paket. Also die Kommunikation war wundervoll. Wir haben immer jemanden erreichen können. Absprachen wurden eingehalten. Das Ergebnis ist wirklich wunderbar und wir sind absolut zufrieden. Wir können die Firma uneingeschränkt weiterempfehlen. Bei den Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben wir da auch kein schlechtes Gewissen bei. Also ich wirklich ganz klar kann sagen, dass alles so reibungslos gepasst hat und alles so gut funktioniert hat. Also man kennt ja Horror-Stories von Handwerker. Wir haben mit einem anderen Projekt jetzt gerade auch mal Pech gehabt und deswegen, ich bin total zufrieden, dass alles so reibungslos geklappt hat und dass das Ergebnis stimmt. Ich bin total so reibungslos, dass alles so reibungslos wie das erste Mal. Also ich habe nicht mehr, es wurde von einem anderen Projekt hier commentaires gemacht. Ich bin total die Welt, ich bin total ein bisschen mehr Zeitplan.